Das ist das Schloss meines Grafen. Das sind die Krimis meines Grafen. Das ist der Johann meines Grafen. Das ist Herr Graf selbst. Graf Joster gibt sich die Ehre. Ich war gerade 16 geworden und wieder mal gezwungen, die Schule zu wechseln. Die Lehrer waren lauter Ignoranten. Da sagte ich mir, nicht die Schule ist die Schule, sondern das Leben ist die Schule und beschloss zur See zu fahren. Als Vollmatrose. Zuerst war ich allerdings nur Küchenjunge auf einem Ostindienfahrer. Aber am Tage, ehe wir ausliegen, begegnete ich einer ungeheuren Maus. Sie war 14. Und Herr Graf, was soll ich Ihnen sagen? Eines Tages lerne ich die Eltern kennen und was stellt sich heraus? Die Maus ist bereits 19 und Mutter von Zwillingen. Zwillinge? Wie reizend. Und warum halten wir? Verzeihung, Herr Graf, die Freie und Hansestadt Hamburg. Schon da? Sehr wohl, Herr Graf. Unsere Reisezeit 9 Stunden und 32 Minuten. Ich nehme an, wir steigen in Jahreszeiten ab. Wir steigen überhaupt nicht ab. Lass mich nur erst einen Blick auf die Alster nehmen. Und dann zum Fischereihafen. Firma Bliesmann & Co. Mhm. Ah, Bliesmann & Co. Die Firma mit dem Schwimmbecken für große Käfer. Ja, wir suchen ein paar hervorragende Exemplare aus der Gattung der Krebse. Homarus vulgaris. Und auch Hummer. Verzeihung, Herr Graf, aber wir fahren noch nicht wegen einiger Kriechtiere nach Hamburg, die man eben so gut hätte telefonisch ordern können. Ich tippe auf Schmuggel. Falsch getippt, Johann. Aber du darfst wissen, dass ich ein Herrenessen gebe. Der Fürst von Stockdorf hat sich angesagt. Ich kann nichts dem Zufall überlassen. Ich wähle die Tiere selbst. Aber jetzt sollten wir fahren. Sehr wohl, Herr Graf. Allerdings, meine Uhrzeit 6.10 Uhr. Ja, du hast recht. Etwas zu früh. Aber lass uns die frühe Stunde genießen. Wie bitte? Zum Elbufer. Ach so. Darf ich fragen, warum wir hier verweilen? Sei still und schau. Es gibt Menschen, die sammeln Bilder. Ah, ich auch. Pardon. Es gibt aber auch Menschen, die streben danach, ein Bild wie dieses täglich vor Augen zu haben. Sie wollen gleichsam einen Blick besitzen. Da haben Herr Graf einen wunderschönen Gedanken ausgesprochen. Johannes, Leute. Diese Schiffe, die Werfen, die Raffinerien, das Kraftwerk und diese bulligen Schlepper. Herr Graf, lassen Sie mich noch einen Augenblick verweilen. Das alles gehört mir. Die Herzogin, sie ist sehr aufgeregt. Ja? Ich bin ja so froh, dass ich dich erreicht habe. Ich bin's, Charlie. Hier im Haus ist geschossen worden. Wo bist du? Na hier, bei den Prax. Bei Marie Agnes. Nebenan in der Halle liegt ein Mann. Ich glaube, er ist tot. Und der Mann von Marie Agnes ist schwer verletzt. Wo willst du hin, Marie Agnes? Ich hole einen Arzt. Dein Mann ist schwer verletzt. Wo willst du denn hin? Du kannst doch jetzt nicht einfach wegfahren. Ich habe den Arzt zu erreichen versucht. Er meldet sich nicht. Lass mich bitte, ich muss ihn holen. Dein Mann ist verletzt und dieser Einbrecher liegt erschossen im Flur. Wir müssen die Polizei anrufen. Mein Mann liegt im Sterben und du denkst an die Polizei. Die Polizei bringt einen Arzt mit und einen Ambulanz. Ja, und wie lange wird es dauern, bis sie kommen? Außerdem muss ich dir sagen, habe ich schon telefoniert. Mit der Polizei? Nein, mit meinem Onkel. Er ist zufälligerweise in Hamburg. Graf Joste, du meinst, der kommt hierher? Mhm. Ich bin dir so dankbar. Ach, Charlie, du behältst eben immer einen klaren Kopf. Schießereien der Villa Prag? Hat die Herzogin wieder was angestellt? Ein junger Mann ist zu Tode gekommen. Unglücksfall oder Eifersucht? Wir werden sehen. Zwei Herren haben sich duelliert. Da aber nur eine Pistole zur Hand war, haben sie sich die Waffe abwechselnd gereicht. Ja, ja. Vornehmen geht die Welt zugrunde. Ich muss bei ihm bleiben, ich fahre mit. Sie haben einen Schockerlettenlinie, Frau. Er hat die Lippen bewegt. Er will mir etwas sagen. Bitte hier. Ich will bei ihm bleiben. Ich muss ihn schützen. Sie werden ihn verhören. Sie werden ihn quälen. Niemand wird Ihren Mann verhören. Das werde ich nicht zulassen. Sie müssen sich hinlegen. Ich gebe Ihnen etwas Buriendes. Kommen Sie ins Haus. Bitte. 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 Du meinst, ich werde ich aus dem Empfang? Das hat keine Eile. Du musst dich erst ausruhen. Ich muss Joste unbedingt sprechen. Ich bin sehr glücklich, dass er herkommen kann. Empfang du ihn. Sag ihn, in welchem Zustand ich mich befinde und dass ich ihn trotzdem sprechen möchte. Mein Onkel ist ein sehr taktvoller und diskreter Mann. Und wenn du zu müde bist... Nein, nein, bitte geh jetzt, Charlie. Ich werde mir schnell was anziehen. Ich werde mir schnell anser. Ich werde mich aus dem Tempel auszischen Jahren Ich werde mich aus mir auszischen Schöne zu versen. Ich werde mich aus dem Tammel auszischen Ich werde mich auszischen Das ist eine andere Kat상end- Ja. Hier. Pardon. Pardon. Erlauben Sie mal, wer sind Sie überhaupt? Herr Graf. Oh, Herr Graf. Ich bitte um Verzeihung. Johann, die Waffe. Eine Pfefferbox. Richtig. 1835 bis 1545. Ein interessantes Stück. Da sind jetzt Ihre Fingerabdrücke drauf, Herr Kriminalrat. Danke, Onkel, dass du gekommen bist. Du wirst mir alles erzählen. Maria Agnes erwartet dich. Sei freundlich zu ihr. Sie hat viel durchgemacht. Wir sind jetzt hier fertig. Können wir gehen? Ja, wir wandern ab. Mein Kind. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Ich heiße Gotthold Weinhofer, genannt Johann. Ich bin der Diener des Grafen Joster. Und Sie? Ich bin die Eva. 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 Sie dürfen das rostern. Arme. Sie werden mir helfen, nicht wahr? Ich werde dir tun, was in meinen Kräften steht Ich danke Ihnen Es waren die schrecklichsten Stunden meines Lebens Ich will versuchen, Ihnen alles zu erzählen Ein Einbrecher ist letzte Nacht bei uns eingedrungen Mein Mann hörte ein Geräusch und ist mit einer Pistole hinuntergegangen Er hat ihm einen Schach gehalten Aber anscheinend so ungeschickt, dass der Einbrecher ihn entwaffnen konnte Er gab einen Schuss ab Friedrich sank zusammen Der Mann muss ihn für tot gehalten haben und beugte sich über ihn Mit der Pistole in der Hand Aber mit letzter Kraft hat Friedrich sich aufgerafft Konnte dem Einbrecher die Waffe entreißen Und schoss blindlings auf seinen Angreifer Der Mann war auf der Stelle tot Ich sah alles von oben mit an, es war schrecklich Wie geht es Ihrem Mann? Sind seine Verletzungen ernst? Verzeihen Sie Dann werde ich mich vorerst zurückziehen Natürlich stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung Ich muss Ihnen noch etwas sagen Ich werde erpresst Die Erpresser verlangen von mir eine halbe Million Gestatten Sie mir, die Erpresser zu stellen Wirklich? Würden Sie das wirklich für mich tun, mein lieber Onkel? Oh, oh Ich darf doch zu Ihnen Mein Onkel sagen Schließlich Charlie ist fast eine Schwester für mich Sie werden mir eine Nichte sein Um die ich mich besonders sorge Man Man hat mir Schmuck gestohlen Wertvollen Familienschmuck Sehr wertvoll Die Diebe haben mir eine Nachricht zukommen lassen Sie wollen den Schmuck einschmelzen lassen Weil es sehr bekannte Stücke sind Und praktisch unverkäuflich Sie machen den Vorschlag, sie mir Gegen eine halbe Million zurückzugeben Haben Sie die Nachricht? Nein, ich habe nur eine Adresse Hier Milchstraße 18 Die Adresse des Erpressers Nein, ich weiß es nicht Man hat mich angerufen, um mir zu sagen, wo ich hinkommen soll Das ist alles Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte Ich muss zu meinem Mann ins Krankenhaus Du fährst zur Milchstraße Da ich nicht weiß, was sich dort erwartet Empfehle ich einen passenden Anzug Es gilt, einen alten Schmuck zu suchen Sehr wohl, Herr Graf Die Milchstraße befindet sich Da oben, ich weiß, Herr Graf Die Milchstraße befindet sich in einem ehemals ländlichen Teil Hamburgs Ländlich? Verstehe Als Bulle verkleiden Die Kühe freuen sich schon Fürchte, das Witze machen, wird der vergehen Und jetzt ans Werk Komm, Bus, 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 Bus Ja, komm, Bus, 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 Bus Hier bist du, Anker Ja Johann hat die Schwede gefüttert Da hat ein merkwürdiges Faible für diese Tiere Wo wirst du in Hamburg wohnen? Ich beabsichtige, in einem Hotel an der Alster abzusteigen Ach, bitte, bleib doch hier bei uns Mariannes und ich, wir fürchten uns hier im Haus Nach dieser schrecklichen Nacht Danke für die Einladung Genug für heute Was gibt's denn da zu flüstern, hä? Sagen Sie, so ein Wagen ist doch sicher sehr teuer Ein Liebhaberstück, praktisch unbezahlbar Ach, und Sie können sich das leisten Sie sind doch Heizungsmonteur, oder? Ölheizung, das große Geschäft Ich bin kein Heizungsmonteur Nicht? Ach so, aber was sind Sie denn da? Modeschöpfer, das ist meine neueste Kreation Gefällt Sie ihn? Erstaunlich Und damit können Sie so viel Geld verdienen? Ja Junger Mann, Sie wollen uns wohl auf den Arm nehmen Sie sind doch Monteur Hat ein Heizungsmonteur so ungeschickte Hände? Tatsächlich, keine Spur von Arbeit Und bei Ihnen tippe ich auf Violinen, nicht? Wir studieren auf der Musikhochschule Ja, auch ich liebe Hausmusik Vielleicht könnten wir einmal gemeinsam Nein, denn nicht Z Бог waren Ich bin dank, dass ihr von Hüpfchen Voice-U'm Er interacted Pron PDF Ich bin nichts Ich bin damit 제일短 da Erzählige Und ich bin Ich bin Erzählige 've Und ich bin An짝 Das sah Ja Lauf Musik Aida, Dose. Bist du da? Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Oh, ist aber nett, dass Sie gekommen sind. Ich bin Monika, Herrn Zwoboda Sekretärin. Sind Sie Bernd? Bernd? Bernd ist klein und dick, oder? Ja, Sie sind auch nicht gerade. Hören Sie mal zu, Sie kommen hier ganz einfach rein, vergleichen mich mit Bernd. Bernd ist ein kleiner, dicker Zwerg, oder? So genau hat ihn Alfred mir nicht beschrieben. Ich habe ihn mir mal größer vorgestellt. Alfred, Alfred, wer kann sich schon darauf verlassen, was Alfred sagt nicht? Tja, da haben Sie recht. Seit drei Monaten verspricht er mir Geld. Aber er hat so viele wertvolle Sachen. Ach, bin ich nicht so wehr, wie ich bin dann. Wer sind Sie überhaupt? Ich... Was machen Sie denn da? Mein Kind, ich würde dir gerne sagen, was ich hier mache, aber das würde meine ganze wertvolle Arbeit gefährden. Sie bekritzeln ja die Statue, die ist doch aus dem 11. Jahrhundert. Quatsch, die ist keine drei Jahre alt. Also wenn Sie weiter die Statue beschädigen, dann rufe ich die Polizei. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Sieh mal, wenn ich wirklich ein Einbrecher wäre, würde ich mir dann solche Arbeit machen. Was ist denn das für eine Arbeit? Du musst mir versprechen, dass du niemandem etwas davon erzählst, auch Alfred nicht. Versprichst du mir das? Mhm. Ich verspreche es. Ich bin Spezialist für Würmer. Würmer? Ja. Holzwürmer. Ich habe eine Rasse gezüchtet, die ganz wild auf frisches Holz ist. Diese Biesner sind so versessen auf frisches Holz, dass sie binnen Kurzem eine drei Monate alte Statue in eine dreihundertjährige verwandeln. Ach. Ich dachte mir doch, dass Alfred in Fälschergeschichten verwickelt ist. Wo ist er denn überhaupt? Alfred ist in Sicherheit. Die Konkurrenz ist hinter mir her. Oh. Diese Würmer sind Millionen wert. Vielleicht ist er das? Wirklich. Ach nein, er hat ja einen Schlüssel. Die Konkurrenz. Die wollen mir meine Würmer abjagen. Oh Gott. Es scheint keiner da zu sagen. Wir werden schon reinkommen. Wir müssen nur was finden, was auf Angehörige von Zwerber dahin weist. Was sucht denn? Durchsuchtungsbefehl. Ich habe ihn doch eben noch gehabt. Mach mich nicht verrückt. Den hast du mir doch gegeben. in vielen anderen. Ich habe dich einen Klub gespeisen werde. Führen Sie die her zur Generalin. Sehr wohl, Herr Graf. Ich darf dann servieren? Natürlich. Wir feiern jetzt. Bitte, meine Frau Lein. Danke. Guten Tag, mein lieber Onkel. Guten Tag. Ich bin ein Stündchen zu spät, aber ich war bei Maria Agnes und ihrem Mann im Krankenhaus. Wie geht das in Prag? Leider nicht sehr gut. Er ist noch nicht zu Bewusstsein gekommen. Ist das nicht unverschämt? Der Kellner hat behauptet, sämtliche Tische werden reserviert. Ich habe alle reservieren lassen. Wie könnte ich mir sonst das Vergnügen erlauben, mit dir in einem Erstklass-Restaurant zu speisen? Tja. Herr Graf, alles ist. Ja, Heinz, natürlich wie immer. Freut mich. Lass mal, ich habe schon was. Ein Notizbuch. Mit Adressen. Alvine Svoboda, Günther Svoboda. Das sind bestimmt seine Verwandten. Sag mal, glaubst du, dass der Svoboda ein Kunsthändler war? Wieso? Sieht ganz so aus. Na, denk doch mal nach. Svoboda wurde bei einem Einbruch erschossen. Glaubst du, das war sein erster Einbruch? Du meinst, das ist die, das gut. Aha. Aha. Endlich wird die Heizung repariert. Sie gehen hier raus und dann rechts um das Haus rum. Ich bin Gast hier. Ein gern gesehener Gast. Wenn Sie nur bitte den anderen Eingang nehmen würden. Sie wünschen? Der Heizungsmonteur. Ich bin der Diener des Grafen Joster. Bitte? Ich hoffe, die Austern waren frisch. Und dann stell dir vor, dann kam ein Beamter von der Polizei, von der Mordkommission. Und weißt du, was der gemacht hat? Er hat Marie Agnès und mich verhört. Jeden eine halbe Stunde lang. Findest du, dass das nötig war? Ich werde mit dem Polizeipräsidenten sprechen. Ich hatte ohnehin vor, ihn aufzusuchen. Pardon, Herr Graf. Johann. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Hast du den Schmuck? Es war sehr peinlich. Kaum bin ich angekommen, war auch schon die Polizei da. Ich hoffe, du hast deine Anwesenheit überzeugend erklärt. Ich habe als Bettvorleger gearbeitet. Hat die Polizei dieses Foto gesehen? Nein, ich habe es mir vorher unter den Nagel gerissen. Das ist ja Marie Agnès. Und wer ist der Mann? Also, wenn Sie mich fragen, Herr Graf, ich halte die ganze Geschichte mit der Erpressung für erstunken und erlogen. Die Dame hat uns dann nur hingeschickt, damit diese Fotos nicht der Polizei in die Finger fallen. Sie hat einen Liebhaber. Na und? Johann, bist du diesem jungen Mann schon mal begegnet? Ja, heute Morgen. Er lag unter einem Tuch. Du glaubst, der Einbrecher heute Nacht war der Liebhaber von Marie Agnès? Das meint er. Die Polizei meint, der junge Mann interessiert sich für die Kunstgegenstände. Vielleicht der Mann, den sie von früher her kannte. Wirklich? Du hast doch nicht etwa einen Verdacht gegen Marie Agnès. Pardon, Schwester. In welchem Zimmer liegt Herr Bragg? Zimmer vier. Aber auf Anordnung des Arztes darf niemand zu ihm. Und wo ist Frau Bragg? Frau Bragg? Kommen Sie mal bitte mit. Sie hat das Zimmer nebenan. Danke. Ist er aufgewacht? Hat er etwas gesagt? Nein, reg dich nicht auf. Ich muss dir etwas sehr Wichtiges sagen. Mein Onkel hat Fotos von dir... Und dem Einbrecher. Er heißt Alfred Swoboda. Ich war früher mit ihm befreundet. Hast du das der Polizei gesagt? Das war das Problem. Ich konnte es unmöglich sagen. Stell dir vor, die Polizei hätte die Fotos gefunden. Ich habe das Gefühl, dass mein Onkel dir jetzt nicht mehr vertraut. Ja, das kann ich verstehen. Aber das Ganze war eine Liste. Ich musste ihn zu diesem Einbruch veranlassen. Deshalb habe ich diese Geschichte erfunden. An deiner Stelle würde ich Josta künftig ins Vertrauen ziehen. Mein Onkel schlägt einer Frau nie etwas ab, wenn er ihr vertrauen kann. Ist das? Dein Propeller saß schief. Oh. Ha! Du meine Güte, was ist denn mit ihm los? Ich habe Quetschungen. Hast du vielleicht etwas Salbe? Oder einen kalten Umschlag? Ja. Ja, dann kommen Sie mal mit. Ha! 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 Oh, massier mich lieber. Ja, ja, und wie ist das passiert? Das war ganz einfach. Ich lag unterm Bett. Die drei Gangster saßen auf dem Bett. Jeder eine Maschinenpistole in der Hand. Mach doch weiter. Sie fluchten und malten sich aus, was sie tun werden, wenn sie mich kriegen. Der eine sagt, wir schleppen ihn in Karlchens Ballhaus. Mach doch weiter. Und sagen den Kollegen, er hat 10.000 Flöhe bei sich. Da kommt er da nicht mehr lebendig raus. Der eine sagt, wir stecken ihn in den Flöhe. und zünden ihn an. Nein. Darauf der andere. Schade um das schöne Auto. Der erste. Rotz wie die an. Der zweite. Ich leiß dir die Nase ab. Auf einmal hatten sie Streit. Und prügelten sich auf dem Bett. Und alles auf mich. Oh Gott. Arme, arme Johann. Ja. Das ist gute Medizin. Also, wir haben einen Gärtner und einen Koch und zwei Hausmädchen. Ich muss mich nur um die Garderobe von der Gnädigen kümmern. Und manchmal, wenn Gäste da sind, dann muss ich beim Servieren helfen. Wo wart ihr letzte Nacht? Letzte Nacht? Der Gärtner, der wohnt im Gartenhaus. Und der Koch in Altona. Und eines der Hausmädchen auch. Das andere Hausmädchen und ich, wir waren nicht da. Ich war bei meinem Verlobten. Er hat, hat Herr Brack seine Frau schlecht padelt. Geschlagen und so? Mhm. Nein. Na, nein. Aber er war ziemlich eifersüchtig. Und mir hat er Geld gegeben, damit ich auf ihren Schmuck aufpassen. Ist was weggekommen? Ja, dauernd hat was gefehlt. Mann, das hat vielleicht immer einen Tanz gegeben. Ich habe es verloren. Sie. Und er schreit, du hast es deinem Bettgenossen gegeben. Bettgenossen, hat er immer gesagt. Sie hat es aber auch wirklich zu auffällig gemacht. Jedes Mal, wenn sie bei einer Freundin war und sich verspätet hatte, dann hat irgendwelcher Schmuck gefehlt. Du meinst, damit bezahlt sie ihre Liebhaber? Mhm. Das könnte mir nicht passieren. Hahaha. Oh, danke. Mach doch keine Witze. Ja? Eva? Ja? Graf Joste wird für heute Abend einige Gäste einladen. Ja, wie viele Personen? Drei oder vier, glaube ich. Ein kaltes Buffet mir ist nicht nötig. Ich fahre sofort wieder ins Krankenhaus. Mhm. Ja, bitte? Bei Prag? Ja. Ja. Genedige Frau für Sie. Das Krankenhaus in Eppendorf. Danke. Ja? Ja, ich bin's selbst. Sprechen Sie. Ja, Sie können reden. Ja. War es so plötzlich? Konnten Sie nicht vorher anrufen? Ist er noch zu Bewusstsein gekommen? Danke. Darf man fragen, wenige Frau, ob die Nachricht, die Sie soeben erhalten haben, die Nachricht ist, die wir befürchten? Ja. Mein Mann ist tot. Nimm dich doch zusammen. Nimm dir ein Beispiel an Marie Agnès, die hat Haltung. Ja. Aber zu ihr war er auch nie so nett wie zu mir. Danke. Ich habe auf Sie gewartet, meine liebste Nichte. Darf ich Ihnen meinen Beileid ausprechen? Und ich bin nicht bei ihm gewesen. In seinem letzten Augenblick. Er hat Sie sehr geliebt. Er hat mich sehr verehrt. Wer die Schönheit liebt, muss sie verehren. Von allen Männern, die ich gekannt habe, verdient er die meiste Achtung. Er war sehr großzügig. Und hat mir meine Fehler nachgesehen. Was meinen Sie damit? Es hat noch andere Männer gegeben. Und er hat es gewusst. Ich gebe Ihnen gerne alle meine Hilfe, wenn Sie versprechen, mir gegenüber aufrichtig zu sein. Aber zunächst möchte ich Ihnen das überreichen, was ich nie im Auftrag habe besorgen lassen, Johann. Mein treuer Diener Johann hat das unter großen Gefahren aus der Wohnung des Herrn Swoboda entwendet. Mein Schmuck. Es ist mein Schmuck. Danke, lieber Onkel. Danke. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ein Geständnis? Ich habe Sie belogen. Dieser Schmuck ist kein Familienschmuck. Und ich werde auch nicht erpresst. Ich habe Ihren Diener. Zu diesem Einbruch veranlasst. Warum? In der ersten Aufregung wollte ich noch in der Nacht zur Alfreds Wohnung fahren und die Fotos holen. Doch dann habe ich gezögert und mir die Sache überlegt. Mein Mann war schwer verletzt und mein Platz war an seiner Seite. Warum wollten Sie diese Fotos um jeden Preis an sich bringen? Was beweisen Sie schon? Ich musste die Fotos haben, um sie zu vernichten. Niemand durfte die Wahrheit wissen. Die Wahrheit? Das bin ich dem Andenken meines Mannes schuldig. Dem Andenken des Mannes? Und es war nur für ihn, dass ich Sie belogen habe. Ich werde Ihnen alles sagen. Dann können Sie über mich urteilen. Alfred hatte mich besucht. Das war streng gegen unsere Verabredung. Alfreds Vorbruder? Ja. Alfred hat irgendwie herausgefunden, dass mein Mann einige Tage verreist war. Friedrichs plötzliche Rückkehr hat uns überrascht. Sie gingen erst ins Büro. Ihr Mann hat Ihnen also nicht feindliche Einbrüche gehalten? Nein. Ich glaube sogar, dass er und Alfred sich kannten. Ich habe gehört, wie Sie sich heftig stritten. Dann war lange Stille. Ich war unruhig. Ich bin hier auf die Treppe hinausgegangen. Von oben habe ich alles mit angesehen. Mein Mann hatte eine Pistole in der Hand. Er muss sie hier aus seiner Waffensammlung genommen haben. Dann muss ich ein Geräusch gemacht haben, denn sie schauten beide im gleichen Augenblick nach oben. Zu mir herauf. Dann ging alles sehr schnell. Mein Mann wandte sich um zu Alfred. Alfred sah das und stürzte sich auf ihn, um ihn zu entwaffnen. Im Handgemenge hat sich ein Schuss gelöst. Mein Mann sank zusammen, in der Hand immer noch die Pistole. Alfred. Alfred drehte sich um und schaute zu mir herauf. Aber mein Mann richtete sich mit letzter Kraft wieder auf. Richtete die Waffe auf Alfred. Ich schrie, Alfred, pass auf! Er drehte sich um und starrte direkt in die Waffe. Mein Mann schoss. Alfred wurde getroffen. Mitten ins Herz. Dann bin ich schnell hinuntergelaufen. Charlie kam dazu und ich sagte ihr, dass wir einen Einbrecher überrascht hätten. Dann musste ich ganz schnell überlegen. Die Polizei würde bald wissen, wer Alfred ist und wenig später die wahre Natur unserer Beziehung herausfinden. Ich wollte sofort in seine Wohnung, aber Charlie hielt mich zurück. Sie sagte mir, dass sie mit ihnen telefoniert hätte, während ich mich anzog und dass sie herkommen würden. Sie sehen, dass das Ganze eine reine Affekthandlung war. Wenn aber die Polizei die Art unserer Beziehung entdeckt hätte und mein Mann nicht tot wäre, wäre der Skandal da gewesen. Und man hätte ihn unter Mordanklage gestellt. Und Sie haben alles unternommen, Ihren Gatten zu schützen? Ja. Alles. Wenn ich ihn nicht verlassen wollte, nicht eine Minute. Dann auch deshalb, weil ich darauf achten musste, dass er sich nicht selbst beschuldigt. Wenn er wieder zu Bewusstsein kommt. Ich sehe, Sie haben in guter Absicht gehandelt. Haben Sie mir alles gesagt? Wirklich alles? Ja. Ich schwöre es beim Andenken meines Mannes. Sie werden nicht zur Polizei gehen, nicht wahr? Ich dachte mir schon, dass die Waffe aus der Sammlung Ihres Gattens stammt. Pardon? Es ist nichts. Ich habe jetzt sämtliche Informationen. Informationen? Ja. Ich habe jetzt ein vollständiges Bild der Ereignisse. Herr Graf, ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Kriminalromane. Darf ich Sie um ein Autogramm bitten? Oh, gerne. Johann, die Scheibe. Ja. Bitte. Vielen Dank, Graf Joste. Bitte. Danke. Falls der Herr Graf mich nicht mehr brauche, ich hätte hier in Hamburg eine Tante, die ich gern besuchen möchte. Gut, Johann, eine Stunde. Und Grüße, unbekannterweise. Werde ich ausrichten. Ist eins der schönsten Bücher von Graf Joste. Mein Lieblingsbuch. Wie Hans, wissen Sie, Hans mit M-M-M, wie der mit seinen Bärenkräften den schweren Ami-Wagen hochhebt und in den Abgrund kippt, wie dann die ganze Beute in Flammen aufgeht, zwei Millionen und die Fälscher tatenlos zusehen müssen. Das ist die stärkste Stelle. Und wissen Sie, wer dieser Hans mit M-M ist? Nein. Graf Joste nennt mich Johann mit Doppel-N. Verstehen Sie? Ich sammle nur Autogramme. Ich kenne dieses Buch nicht. Sie sollten es kennenlernen. Ich hasse Kriminalromane. Guten Tag. Albrecht, bringen Sie mir doch bitte mal die Tatwaffe aus dem Fall Svobotabrak. Danke. Es ist an sich nicht üblich, aber bei Ihnen mache ich eine Ausnahme. Ich fürchte nur, Sie werden nichts finden. Es wird Ihnen gehen wie in Ihrem Roman Pilze für... Tobias. Tobias, ja. Es ist ein Gläser meiner Romane. Es gibt wenig Polizisten, die die literarische Behandlung von Kriminalfällen schätzen. Ich auch nicht. Verzeihen Sie meine Offenheit. Halte auch nichts von Kriminalromanen. Ja, aber dazu lese ich mal ein, um ein Urteil zu überprüfen. Zum Beispiel Pilze für... Tobias. Tobias, ja. Dort müsst ihr erkennen, dass die vermeintlichen Morde allesamt natürlichen Ursprung sind und am Ende ziehen Sie unverrichtete Dinge wieder ab. Ich habe die Unschuld von Menschen nachgewiesen, die in aussichtsloser Lage waren. Das nennen Sie erfolglos. Ja, in Wirklichkeit wäre das ein schöner Erfolg. Aber als Leser fühle ich mich betrogen, wenn sich eine Reihe von Todesfällen hinterher als ganz banale Pilzvergiftungen herausstellen. Betrogen. Mir scheint oft, es ist der schlechte Geschmack meiner Leser, der nicht befriedigt wird. Ich habe darüber nachgedacht, warum es mir nicht gelingt, den Geschmack des Publikums zu verbessern. Und damit wollen Sie sagen, ich habe auch einen schlechten Geschmack. Ja? Herr Präsident. Eine interessante Waffe. Die Vorstufe zum Revolver. Für die damalige Zeit ein Meisterstück der Waffenschmiedekunst. Das ist eine ungewöhnliche Tatwaffe. Nicht für einen Antiquitätenhändler. Er kann sie leichter erwerben als eine neue Waffe. Das Kaliber wird allerdings nicht mehr hergestellt. Das stimmt nicht ganz. Es gibt nur eine Waffenschmiede in der ABC-Straße und einen Poppenbüttel. Die stellen für Sammler jedes Kaliber her, das verlangt wird. Dank ist genug. Danke. Nun, Graf, was halten Sie von der Waffe? Wie ich schon sagte, ein ungewöhnliches Instrument. Nein, nein. So leicht kommen Sie mir nicht weg. Man muss nicht nur die Fakten kennen, man muss sie auch deuten können. Haben Sie eine Deutung? Vielleicht endet auch dieser Fall so wie Pilze für... Tobias. Am Ende nimmt alles eine harmlose Wendung. Harmlos? Zwei Menschen erschossen? Und da glauben Sie an einen Unglücksfall? Ich gebe heute Abend im Hause Prag einen Empfang. Darf ich mit Ihnen rechnen? Und jetzt, meine Damen und Herren, die Rache des Dieners. Erleben Sie auf welch grausame Weise der Diener James, seine ehemalige Herrke gilt. Die Rache des Dieners. Ei, da liegst du ja, du kleine Hure. In diesem Lotterbett, das mehr Männer gesehen hat, als ich Haare auf dem Bauch habe. Das Täubchen schläft? Gut. So habe ich Zeit, deinen sündigen Leid zu betrachten, den du mir ewig vorenthalten hast. Diese weißen Arme, die eine Armee von Liebhabern umfingen. Diese Bräste, die selbst Tote wieder zum Leben erwecken. Doch James liebt. Und jede Demütigung, die er von dir empfing, wird er dir tausendfach vergelten. Welten? Ja. Nicht wahr? Du hast geglaubt, James schwacht dem Kerker, in den du ihn werfen ließest. Doch James ist frei. Und jetzt ruf ihm Hilfe, wenn du kannst. Schrei nach deinem miesen Grafen, dieser Karikatur von einem Mann. Johann, ich glaube, es reicht. Ach, der Typ ist einfach klasse und die Chefin hat eine Figur. Johann. Deine Tante, nehme ich an. Nein, natürlich nicht. Meine Tante war verreist, unpestlich, und da dachte ich mir, reiß dich los. Es gibt zu tun. Na, Verzeihung. Na, meine Herren, habt ihr gefallen? Ja, hallo. Es handelt sich um Waffenschmieden, die für Sammler und Liebhabe jedes Kaliber anfertigen. Die eine ist im Poppenbüttel. Und die andere in der ABC-Straße, ich weiß. Richtig, richtig. Ich brauche für die Pepperbox eine Patrone vom Kaliber 9. Und grüß mir den alten Hacker, Schöne. Dürfte inzwischen 83 sein. Dann holst du mich hier wieder ab. Moment mal, hier? Allerdings. Ich möchte wissen, wie die Posse mit diesem miesen Grafen zu Ende geht. Och, Herr Graf, das möchte ich doch auch gerne wissen. Bitte, Herr Graf. Ans Werk, Johann. Wir kommen noch mal zurück. Wunderbar. Ja? Verzeihung, gnädige Frau, aber es ist jetzt schon halb neun und bis jetzt ist erst ein Gast gekommen. Soll ich servieren? Nein, warte ein paar Minuten. Ich komme sofort. Sie schreiben Ihre Werke also ausschließlich nach Fällen, die Sie selbst erlebt haben. Gewiss. Auch den Roman der italienische Strohhut, in dem Sie am Ende der völlig ahnungslosen Polizei den Täter präsentieren? Nach einem Fall in Florenz. Ich habe mit meinem Freund Ricci, dem Polizeipräsidenten von Florenz, gesprochen. In Wirklichkeit haben Sie kaum mit der Polizei zusammengearbeitet. Sie haben nur einen Anstoß gegeben. Den Entscheidenden scheint mir. Die Polizei ist ohne Frage tüchtig im Ermitteln von Fakten. Zuweilen ist sie freilich ohne Fantasien. Sie sind ja erstaunlich gut mit meinem Werk vertraut. Naja, ich brauche so etwas vor dem Schlafengehen wie andere Leute Tabletten. Dann tummeln sich in Ihren Träumen die Gebilde meiner Fantasie. Also gut, ich gebe es zu. Ich gehöre zu Ihren Bewunderern. Dann sagen Sie mir, ah, Maria Genest, darf ich Ihnen Herrn Dr. Alexander Albrecht vorstellen, den Polizeipräsidenten? Frau Prack. Mein Beileid, gnädige Frau. Herr Dr. Albrecht ist heute Abend nicht in seiner Eigenschaft als Polizeipräsident da, sondern als Bewunderer des berühmten Autoren, des Grafen Joster. Tja, wir waren gerade in einer Fachsimpelei. Ich finde, dass in den Romanen von Graf Joster die Polizei immer zu kurz kommt. Was meinen Sie dazu, gnädige Frau? Frau Prack findet alle Kriminalromane abscheulich. Ich möchte Ihnen gerne eine Falle erzählen. Ah, der neue Roman? Da bin ich gespannt. Eine Frau stiftet ihren Geliebten zum Mord an ihrem Ehemann an. Er soll in die Villa einbrechen, eine gewertvolle Gegenstände an sich nehmen und den Hausherrn erschießen. Aber die Tat verläuft nicht wie geplant. Es entsteht ein Handgemenge, dem der Liebhaber getötet wird. Der Ehemann ist schwer verletzt. Die Anstifterin muss nun befürchten, man werde früher oder später von ihrer Beziehung zu dem angeblichen Einbrecher erfahren. Sie stiftet einen Freund des Hauses dazu an, Fotos, die sie verraten würden, aus der Wohnung des Liebhabers zu holen, damit sie nicht der Polizei in die Hände fallen. Sie weicht nicht von der Seite ihres im Sterben liegenden Gatten. Aber nicht aus Edelmotiven, sondern weil sie seinen Tod nicht erwarten kann. Die Polizei hat nicht den kleinsten Verdacht. Gegenüber dem Freund des Hauses hat sie es schon schwer. Sie muss ihm einige Details erklären, die nicht so leicht zu erklären sind. So behauptet sie, die Waffe, mit der ihr Mann den sogenannten Einbrecher getötet hat, stamme aus der Waffensammlung ihres Mannes. Aber ein Sammler fängt die Waffen, die er zu seiner Verteidigung braucht, nicht zu seinen Liebhaberstücken an die Wand. Es bedarf überdies ständiger Pflege, solche Waffen funktionstüchtig zu erhalten. Die Tatwaffe war sehr gut gepflegt. Sie war nicht nur gereinigt, sondern auch gefettet. Wie man es bei Waffen tut, die man benutzen will. Die Ehefrau hatte nämlich die Waffe schon Wochen vorher ihrem Liebhaber gegeben. Und er hat sie instand gesetzt. Hören Sie auf! Worauf willst du eigentlich hinaus? Wenn du etwas sagen willst, dann sag's! Ich bin dabei. Ihre Theorie ist kühn, aber bis jetzt haben Sie nur Behauptungen. Es stimmt. Ich habe Alfreds Woboda Geschenke gemacht. Ich habe ihm die Waffe gegeben, weil ich sie für wertvoll hielt. Sie können kaum das Gegenteil beweisen. Genügt Ihnen ein Gestündnis? Maria Gnäs hat Svoboda zum Mord angestiftet. Er hat ihm auch die Munition für die Waffe besorgt. Wenn Sie das beweisen könnten. Ich habe die Aussage der Waffenschmiede und der Zofürf von Frau Pack. Sie werden es erleben. Sie wird gestehen. Von einem Projektil dieser Art wurde Ihr Mann getötet. Erkennen Sie es wieder? Erkennen? Woher ist das? Wo hast du die Patrone her, Johann? Ich habe es gefunden. Im Wagen der gnädigen Frau. Sie haben Svoboda zum Mord an Ihrem Mann angestiftet? Ja. Also wie um alles auf der Welt sind Sie auf die Idee gekommen, den Wagen durchsuchen zu lassen? Sie müssen durch Zufall darauf gestoßen sein. Ich habe der Mörderin eine Falle gestellt. Diese Patrone habe ich heute bei fettersen Hake und Söhne anfertigen lassen. Was heißt fortsetzen? Ja, du hast mich aufgehalten. Mein Ziel war eigentlich der Fischereihafen. Und was passiert dort? Ich plane ein Herrenessen. Der Hauptgang wird das Hummer bestehen. Es gilt einige hervorragende Exemplare zu wählen. Roma? Ja, auch Humaris vulgaris genannt. I. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sind die Krimis meines Grafen Das ist der Johann meines Grafen Das ist Herr Graf selbst Graf Joster gibt sich die Ehre Ich war gerade 16 geworden und wieder mal gezwungen, die Schule zu wechseln Die Lehrer waren lauter Ignoranten Da sagte ich mir, nicht die Schule ist die Schule, sondern das Leben ist die Schule Und beschloss zur See zu fahren, als Vollmatrose Zuerst war ich allerdings nur Küchenjunge auf einem Ostindienfahrer Aber am Tage, ehe wir ausliefen, begegnete ich einer ungeheuren Maus Sie war 14 Und Herr Graf, was soll ich Ihnen sagen? Eines Tages lerne ich die Eltern kennen und was stellt sich heraus? Die Maus ist bereits 19 und Mutter von Zwillingen Zwillinge? Wie reizend Und warum halten wir? Verzeihung Herr Graf, die Freie und Hansestadt Hamburg Schon da? Sehr wohl Herr Graf Unsere Reisezeit 5 Stunden und 32 Minuten Ich nehme an, wir steigen in Jahreszeiten ab Wir steigen überhaupt nicht ab Lass mich nur erst einen Blick auf die Alster nehmen Und dann zum Fischereihafen Firma Bliesmann & Co Ah, Bliesmann & Co Die Firma mit dem Schwimmbecken für große Käfer Ja, wir suchen ein paar hervorragende Exemplare aus der Gattung der Krebse Homerus vulgaris Und auch Hummer Verzeihung Herr Graf, aber wir fahren noch nicht wegen einiger Kriechtiere nach Hamburg Die man eben so gut hätte telefonisch ordern können Ich tipp auf Schmuggel Falsch getippt Johann Aber du darfst wissen, dass ich ein Herrenessen gebe Der Fürst von Stockdorf hat sich angesagt Ich kann nichts dem Zufall überlassen Ich wähle die Tiere selbst Aber jetzt sollten wir fahren Sehr wohl Herr Graf, allerdings Meine Uhrzeit 6.10 Uhr Ja, du hast recht Etwas zu früh Aber lass uns die frühe Stunde genießen Wie bitte? Zum Elbufer Ach so Darf ich fragen, warum wir hier verweilen? Sei still und schau Es gibt Menschen, die sammeln Bilder Ich auch Pardon Es gibt aber auch Menschen, die streben danach Ein Bild wie dieses täglich vor Augen zu haben Sie wollen gleichsam einen Blick besitzen Da haben Herr Graf einen wunderschönen Gedanken ausgesprochen Johannes, Leute Diese Schiffe, die Werfen, die Raffinerien, das Kraftwerk und diese bulligen Schlepper Herr Graf, lassen Sie mich noch einen Augenblick verweilen Das alles gehört mir Die Herzogin, sie ist sehr aufgeregt Ja Ich bin ja so froh, dass ich dich erreicht habe Ich bin's, Charlie Hier im Haus ist geschossen worden Wo bist du? Na hier, bei den Prax Bei Marie Agnes Nebenan in der Halle liegt dein Mann Ich glaube, er ist tot Und der Mann von Marie Agnes ist schwer verletzt Wo willst du hin, Marie Agnes? Ich hole einen Arzt Dein Mann ist schwer verletzt Wo willst du denn hin? Du kannst doch jetzt nicht einfach wegfahren Ich habe den Arzt zu erreichen versucht Er meldet sich nicht Lass mich bitte, ich muss ihn holen Der Mann ist verletzt Und dieser Einbrecher liegt erschossen im Flur Und wir müssen die Polizei anrufen Mein Mann liegt im Sterben Und du denkst an die Polizei Die Polizei bringt einen Arzt mit Und einen Ambulanz Ja, und wie lange wird das dauern, bis Sie kommen? Außerdem muss ich dir sagen Habe ich schon telefoniert Mit der Polizei? Nein, mit meinem Onkel Er ist zufälligerweise in Hamburg Graf Joste, du meinst, der kommt hierher? Mhm Ich bin dir so dankbar Ach, Charlie, du behältst eben immer einen klaren Kopf Schießereien der Villa Prag Hat die Herzogin wieder was angestellt? Ein junger Mann ist zu Tode gekommen Unglücksfall oder Eifersucht? Wir werden sehen Zwei Herren haben sich duelliert Da aber nur eine Pistole zur Hand war Haben sie sich die Waffe abwechselnd gereicht Ja, ja, vornehm geht die Welt zugrunde Ich muss bei ihm bleiben, ich fahr mit Und Sie haben einen Schock erledigt in Linie, Frau Er hat die Lippen bewegt Er will mir etwas sagen Ach, bitte hier Ich will bei ihm bleiben Ich muss ihn schützen Sie werden ihn verhören Sie werden ihn quälen Niemand wird Ihren Mann verhören Das werde ich nicht zulassen Sie müssen sich hinlegen Ich gebe Ihnen etwas Buriendes Kommen Sie ins Haus Bitte Kommen Sie ins Haus Kommen Sie hin Du meinst, ich werde Josta empfangen können? Das hat keine Eile. Du musst dich erst ausruhen. Ich muss Josta unbedingt sprechen. Ich bin sehr glücklich, dass er herkommen kann. Empfang du ihn. Sag ihn, in welchem Zustand ich mich befinde und dass ich ihn trotzdem sprechen möchte. Mein Ong ist ein sehr taktvoller und diskreter Mann. Und wenn du zu müde bist... Nein, nein, bitte geh jetzt, Charlie. Ich werde mir schnell was anziehen. Ja. Ja. Erlauben Sie mal, wer sind Sie überhaupt, Herr Graf? Oh, Herr Graf, ich bitte um Verzeihung. Johann, die Waffe. Eine Pippebox. Richtig. 1835 bis 55, ein interessantes Stück. Da sind jetzt Ihre Fingerabdrücke drauf, Herr Kriminalrat. Danke, Onkel, dass du gekommen bist. Du wirst mir alles erzählen. Maria Agnes erwartet dich. Sei freundlich zu ihr, sie hat viel durchgemacht. Wir sind jetzt hier fertig, können wir gehen? Ja, wir wandern ab. Mein Kind, gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Ich heiße Gotthold Weinhofer, genannt Johann. Ich bin der Diener des Grafen Joster. Und Sie? Ich bin die Eva. Eva, Sie dürfen das rostern. Sie werden mir helfen, nicht wahr? Ich werde dir tun, was in meinen Kräften steht. Ich danke Ihnen. Es waren die schrecklichsten Stunden meines Lebens. Ich will versuchen, Ihnen alles zu erzählen. Ein Einbrecher ist letzte Nacht bei uns eingedrungen. Mein Mann hörte ein Geräusch und ist mit einer Pistole hinuntergegangen. Er hat den Mann in Schach gehalten. Aber anscheinend so ungeschickt, dass der Einbrecher ihn entwaffnen konnte. Er gab einen Schuss ab. Friedrich sank zusammen. Der Mann muss ihn für tot gehalten haben und beugte sich über ihn. Mit der Pistole in der Hand. Aber mit letzter Kraft hat Friedrich sich aufgerafft. Konnte dem Einbrecher die Waffe entreißen. Und schoss blindlings auf seinen Angreifer. Der Mann war auf der Stelle tot. Ich sah alles von oben mit an. Es war schrecklich. Wie geht es Ihrem Mann? Sind seine Verletzungen ernst? Verzeihen Sie. Dann werde ich mich vorerst zurückziehen. Natürlich stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ich muss Ihnen noch etwas sagen. Ich werde erpresst. Die Erpresser verlangen von mir eine halbe Million. Gestatten Sie mir, die Erpresser zu stellen. Wirklich? Würden Sie das wirklich für mich tun, mein lieber Onkel? Oh, oh. Ich darf doch zu Ihnen meinen Onkel sagen. Schließlich, Charlie ist fast eine Schwester für mich. Sie werden mir eine Nichte sein, um die ich mich besonders sorge. Man hat mir Schmuck gestohlen. Wertvollen Familienschmuck. Sehr wertvoll. Die Diebe haben mir eine Nachricht zukommen lassen. Sie wollen den Schmuck einschmelzen lassen, weil es sehr bekannte Stücke sind und praktisch unverkäuflich. Sie machen den Vorschlag, sie mir gegen eine halbe Million zurückzugeben. Haben Sie die Nachricht? Nein, ich habe nur eine Adresse. Die Adresse des Erpressers. Nein, ich weiß es nicht. Man hat mich angerufen, um mir zu sagen, wo ich hinkommen soll. Das ist alles. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss zu meinem Mann ins Krankenhaus. Du fährst zur Milchstraße. Da ich nicht weiß, was ich dort erwarte, empfehle ich einen passenden Anzug. Es gilt, einen alten Schmuck zu suchen. Sehr wohl, Herr Graf. Die Milchstraße befindet sich... Da oben, ich weiß, Herr Graf. Die Milchstraße befindet sich in einem ehemals ländlichen Teil Hamburgs. Ländlich, verstehe. Als Bulle verkleiden. Die Kühe freuen sich schon. Ich fürchte, das Witze machen wird der vergehen. Und jetzt ans Werk. Komm, bus, 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 bus. Ja, komm, bus, 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 bus. Hier bist du, Anker. Ja. Johann hat die Schwede gefüttert. Er hat ein merkwürdiges Faible für diese Tiere. Wo wirst du in Hamburg wohnen? Ich beabsichtige, in einem Hotel an der Alster abzusteigen. Bitte, bleib doch hier bei uns. Mariannes und ich, wir fürchten uns hier im Haus nach dieser schrecklichen Nacht. Danke für die Einladung. Genug für heute. Allianz liftet. Nein, Herr.